Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront auf diesem Kanal. Ich bin, wie ihr hört, immer noch ein bisschen angeschlagen, aber das soll uns jetzt gar nicht aufhören. Wir spielen heute wieder Star Wars Battlefront und zwar auf Korrel. Die erste Ordnung ist hier. Hoffentlich funktionieren die Feldgeneratoren. Wir nehmen den A-Wing und los geht's. Die Feldgeneratoren sind etwas improvisiert und sind an einigen Stellen hochgradig schadensanfällig. Jo, ich hab mich dafür entschieden, jetzt doch mal den X-Wing zu nehmen. Vielleicht ist der hierfür besser geeignet. So, dann wollen wir mal. Wo ich stehen geblieben bin, das ist, glaube ich, gerade die Evakuierung von der Widerstandsbasis im Anfang des achten Teils. Da gibt's ja auch von der Star Wars Battlefront-Story her den Strang, der da aufhört. Genau hier an der Stelle. Das Problem ist nur, ich hab alles aufgenommen und aufgeschnitten und ich hab den ersten Teil auch schon mal hochgeladen. Von der Story gibt es zwei Teile. Das Problem ist nur, YouTube hat mir weggestript. Ich kann ja nochmal irgendwann probieren, das nochmal zu machen. Ihr könnt ja mal hier oben rechts abstimmen, ob ihr nochmal wollt, dass ich das probiere. Wenn ja, dann mach ich's halt. Wenn nein, dann nicht. So, aber jetzt müssen wir uns jetzt mal hier drauf. Sehr schön. Den hab ich nicht mehr gekriegt, der ist schon tot. Oh, okay, hab ich Glück gehabt. Ich probier mal heute in den neuen Helden zu spielen. Also so neu ist der gar nicht mehr. Aber ich versuch mal den, den Helden des Widerstands zu spielen. Diese, oh Gott, wie heißt sie jetzt? Ich flieg zum blauen A-Wing. Kommt am Anfang des achten Teils mal vor, dass diese Flotte da eintrifft. Äh, jo. Hat auch ein bisschen Sprach, äh, schon Hexen zu sprechen. Äh, ich versuch mal den zu spielen. Vielleicht ist der ja nicht schlecht. Oder Yoda mal schon. Yoda hab ich auch noch nicht gespielt. Wenn der nicht schon wieder vergeben ist. So, äh, ich rauche ziemlich. Äh, R2-D2, könntest du bitte schneller reparieren? Danke. Äh, okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. So, reparieren. Perfekt. Da geht's. So, ich werde angeschossen. Nein, 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 nein. Komm, ich krieg noch. Ich hab ihn. Also, dann weiter geht's. Wieder mit dem X-Wing hier am Start. Äh, wir haben, so wie es aussieht, äh, noch unsere Schildgeneratoren am Start. Äh, oh, da ist dieses komische Flugzeug, von dem ich den Namen nicht weiß. Nicht, dass es wieder ins Wein fliegt. Das ist mir bei der Story mal passiert. Das ist richtig dumm gewesen. Ich fliege das so und auf einmal fliegt es einfach fett in mich rein. Ich wurde richtig dumm. Naja. So, schürrp. Jawohl. Nach gutemars. So, der nächste. Oh, ich werde wieder heftig angeschossen. Ich werde wieder heftig angeschossen. Ich werde wieder heftig angeschossen. Demperieren. So, da haben wir hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Geh, weiter. Weiter, bleib stehen. Komm schon. Hallo. Wieder angeschossen. So, da bin ich angeschossen. Geh, weiter. Boah. Und gut. Und noch. Mach schon, mach schon. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Ja. Perfekt. Boah. Fuglos. Kriegt. Kriegt. Aber ich... Toll. So, ist der nächste Gegner. Gegner, 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 Gegner. Der erste Gegner. Lass ihn, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sie haben unsere Generationen. Jawohl. Und ich muss absehen. So, ich habe den neuen Helden ausgerüstet. Äh, diesen blauen A-Wing hier. Äh, oh, alter. Oh. Juh, der ist ja richtig krass. Der schießt richtig Dauerfeuer hier. Prima. Naja, ich konnte Yoda nicht ausrüsten, weil sie sich ein bisschen schade fand, aber na gut. Ich würde jetzt vorschlagen, wir krepieren einfach bis zum Ende nicht mehr. Das ist eine super Idee, finde ich. Äh. Juh, äh, dann wollen wir mal. Ah, ich werde schon wieder anvisiert. Nein. Warum sind die eigentlich immer alle hinter mir? Ich suche doch jemand anderen. Wenn, wenn man nicht weiß, wie man ihre Effekte ausnutzen kann. Ah, komm schon. Ja, nein. Jetzt aber. Alter, die schießt ja zwei. Krass. Jawohl. So. Das war gerade vor Lameran. Habt ihr das gesehen? Das ist schwarz-rose Kübel da. So. Ja, aber schon wieder Marco dem Mars, Alter. Ich muss mal ein bisschen fliegen lernen, Kollege. Oh, was ist das? Ah, oh. Ich will da nicht rein fliegen. Ich will da gar nicht wissen, was das war. Das ist der Sterbe oder der Abpralle oder so. So. Äh. Da sind noch ein bisschen Ruhe. Da sind schon viele. Ach, komm rein. Jawohl. Oh, Zielefassung. 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 Und. Das. Den schnapp ich mir noch, bevor er da reinfliegt. Jawohl. Oh, oh. Da ist wieder dieses Teil. Ne, da bin ich nicht hier. Hey, wo seid ihr denn? Hallo. Oh, da ist jemand hinter dem. Das war wieder heftig knapp hier. So, den krieg ich. Jawohl. Und den auch noch. Mach schon. Nein. Nicht. So. Äh. Da ist einer. Nein. Da will ich nicht reinfliegen. Danke. Und dann nicht wissen, was das ist. Der ist so ein GMP-Teil ist und nicht einfach Leblust. Also L treibe. So. Ja. Nein. Okay. Müssen wir abdrehen. Oh. Verpisst euch. Da. Nein. Nicht schon wieder. Ey. Wie viel sind denn? Oh, warte. Wie viel sind denn hinter mir her? Was ist denn gerade? Ah. Na komm schon. Den krieg ich ja wohl. So. Äh. Äh. Da ist eine Säche. Jo. Küh. Wua. Das war knapp. So. Den krieg ich auch noch. Äh. Jo. Weißt du wer, wie sie gekriegt haben? Keine Ahnung. Ist wie fett reingeflogen ey. Und äh. Ich leb noch. Alles gut. wir müssen noch 28 von denen erledigt 6 2 die fliegen jetzt 24 haben schon ein paar dazu beitragen 20 18 16 anvisiert nein noch heftige explosion noch 10 schild aktiviert ich bin richtig heiße und alles gut alles gut und ja wir haben gewonnen sehr schön dann würde ich sagen war es das für heute wenn es mir gefallen hat würde ich mir natürlich über einen daumen nach oben freuen oder in den kommentaren über aber natürlich auch wenn es weitererzählt dann natürlich auch super toll und bis zum nächsten stauspiel von video